Ich bin in Hamburg, wo ich die Jacke normalerweise kenne, wo die Jacke immer kommt, greift mich hier an die Jacke, greift mich an die Jacke, hier raus, hier raus und dann die Technik. Ihr kennt eigentlich, müsst ihr eigentlich jeder von euch kennen. Jetzt können wir das auch mit dem Handum machen, das heißt, was er macht, er greift mich zum Beispiel hier an der Jacke, ich komme hier drüber, überkreuzt und halbe 10 Minuten. Okay, vielleicht nochmal von der anderen Seite. Er greift mich hier, hier kann man schon eine kassieren, er klemmt die Hand ein. Jetzt könnt ihr von hier greifen, oder was ihr von hier greifen, ist eigentlich egal. Jetzt baue ich hier den Druck auf, hier den Knochen, und mache mit dem Motikyaku. Das ist schon ein Motikyaku mit dem Handbau. Das könnt ihr natürlich auch mit kürzeren Sachen machen, das kann eine Taschenlampe sein, das könnte ein Meterstab sein, oder einfach ein kurzer Stock, ein Schlagstock, ein eingefahrener Schlagstock zum Beispiel. Motikyaku, Handbau, ein bisschen Umsetzung. Ihr habt jetzt hier zum Beispiel einen Gegner, der euch mit ergreift, ganz klassisch. und ihr kriegt von hier aus schon mal einen in die Rippe. Das kommt von hier aus. Eins, zwei, das. Ein Beispiel, was ihr machen könnt, ihr greift jetzt die Hand von hier, kommt hier drüber, und seid hier. Geht hier drüber, und bringt sie sich frei. Ja, ihr seid mit dem Schlagstock trainiert, wenn ihr das Stahl ist, seid vorsichtig. Ja, also ihr habt ihn hier, ja, könnt ihr das sichern von unten, geht hier drüber, und jetzt komme ich hier auf. Das ist eine Kondensierung, und dann habt ihr hier die Neuze. In der Hand. Ja, das bin hier, das greift, aber wie ihr es an seiner Reaktion seht, die eine Hand reicht. Ja, so, jetzt, wenn er hoffentlich, ihr könnt zum Beispiel auch mit der Hand schlagen, eins, zwei, drei, dann kommt er hier runter. Das, auch möglich. In der Hand. Und dann zieht ihr hier mal weiter runter, und dann seid ihr hier in einer schönen Position. Ja? Idealerweise, wenn ihr sich ein Problem anbauen, habt ihr das Ding eh schon bereit, das heißt, ihr kommt vielleicht von hier. Das. Ja? Er will mich schlagen, kommen wir von hier, das. Okay? Der andere Fall, er will mich schlagen, bin ich hier. Und dann habe ich hier meine Notgiftung vielleicht. Nochmal? Dann wenn ich mich schlagen, bumm, drücken wir hier, und jetzt. Und dann noch mal ein paar Tiefeltechniken. Dann wenn ihr mich schlagen, greifst dann hier, und jetzt. Dann wenn ich mich schlagen, bumm, von hier, hinterm dritzt, und dann geht er hier rein. Und so könnt ihr auch wieder Inde spielen. Aber, Grundidee, Bom schlagen und dann hier drüber, Bom schlagen, drüberlegen, unten durchgreifen und das ist der Motivier, Basisform, Handwurtschützen. So könnt ihr dann auch oder von hier ohne Kontakt zum Beispiel, Bom hier rüber oder Bom, geht ihr hier rein in die verschiedenen Bürger, die es so gibt, Bom, Stop. Ich bin hier und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.